Willkommen zurück zu Brawl Stars, Unterschlupf, Unterschlupf, okay, das heißt der Moos. Den probieren wir heute aber nicht mit Cindy, oder doch? Das müsste ich... Ja, nehmen wir einfach, weil wir ihn noch auf Stufe erst haben. Nehmen wir Dali, genau. Auch wenn ich mit ihm nicht so gut bin. Okay, falls jemand aus der Community geile Brawl Stars Ovali erstellen kann, kann er mir die gerne schicken. Den kann ich dann in Videos verwenden. In einem Video von mir, da kann ich den dann immer verwenden. So wie beim gestrigen Video, da könnt ihr auch gerne vorbeigucken, da habe ich gleich Real gespielt. Und das ist gerade alles so um hier. Ja, der Moos, den kenne ich. Aber ich habe gerade ein bisschen Probleme mit dem Charakter. Ja, der Moos ist sehr gut. Ich habe eine Kiel. Ja, ich habe einen Kiel. Oh, oh oh oh. Und warum gehts ja immer nach vorne, das hausse ich bei dem Dicke bei mir immer nach vorne. Ja, aber es ist so gut, ich finde es auch nicht, ich glaube es tut es so gut, aber so äh, äh, klar, das ist ja so, glaube ich, nicht Dich bezeichnen. Wobei mein Team auch gerade auch nichts kann, finde ich einfach nicht so schlecht. Ich kenne den doch einfach. Aber jetzt geht er noch nüten. Das ist gar nicht, aber ich bin da einfach noch nüten. Man, ich kann mit dem, ich bin da. Ja, dann muss ich den nachher wechseln. Muss ich den nachher wechseln. Ich werde, ja, 100% sind immer aus dem Gewinnerteam einer der besten Spieler. Das ist ja auch so ein Schwachsinn. Ich bin der beste Spieler, ich bin aber der beste Spieler von allen gewesen. Ich bin aber aus dem Verlierer, der ist sehr aus dem Verlierer zum Starspieler wird. Übrigens noch einmal mit Bulli zum Vergleich, weil das sind, glaube ich, ziemlich wenige Sachen. Deswegen... Ja, man, schnapp ihn ja einfach. Warum schnappt sich denn denn niemand den ersten? Der ist so for free. Verjuckt keinen von uns. Ich könnte eh nur zwei Runden spielen. Deswegen, wenn das dann nach der Runde wäre, oder was er sage ich würde, da fängt doch keiner. Nein, da kann doch noch nicht laufen, ich wollte ein bisschen. Keine Ahnung, ich schnapp ihn davon. Noch viele weitere Videos bringen. Guck, schau einfach mal auf meinem Kanal, da gibt es noch einige Videos. Super Allstars. Ich bin schon verlieren. Ich bin gerade gerade wirklich... Ja, wir holen nicht auf. Zum Kuckuck holen wir auf. What? Ich sag's jetzt nicht, was ich mir gerade denke. Oh, du bist... Ich bin nicht auf dem Hügel. 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 Ich bin schuld. Wenn wir das verlieren, bin ich schuld. Ja. 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 Oder vielleicht kannst du auch. Tschüss. Das ist das nächste Mal euer Brutschlumpf. Ja. Ja. Ja.